Der Heilige Geist Der Heilige Geist Die Zeit, meine Freunde, als er auferstanden ist von den Toten 40 Tage hat er sich seinen Jüngern gezeigt Dann war die Himmelfahrt Und dann nach 10 Tagen kam der Heilige Geist herab Meine Freunde, es gibt Leute, die sagen, der Heilige Geist kam nur herab zu den Zeiten der Apostel Gott hat damals mit dem Heiligen Geist getauft, und zwar nur an diesem Tag des Pfingsten Aber die Bibel sagt uns, dass Christus gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe ist Und der Heilige Geist ging herab auch in Samarien sowie in Ephesus im Haus des Cornelius Und heute sind viele von uns getauft im Heiligen Geist und dafür sei Preis dem Herrn Meine Freunde, diese Gottesverheißung, sie hat auch uns erreicht, die Christen der heutigen Zeit Und die Rolle des Heiligen Geistes ist sehr groß Einer hat mal gesagt, wenn es den Heiligen Geist nicht geben würde Dann gäbe es kein Weltall, keine Schöpfung, und auch wir wären nicht existent Es gäbe keine Geburt von Neuem, es gäbe keine Kraft für den Dienst Und die Zeichen und Wunder, mit denen Gott begleitet das Predigen des Evangeliums Es gäbe kein Heiliges Leben und es gäbe auch keine Christen Aber meine Freunde, der Heilige Geist existiert Er war und er wird auch sein Und das ist eine Persönlichkeit Gottes Das ist keine Energie, das ist kein Wind und auch keine Kraft Das ist keine Energie, das ist kein Wind und auch keine Kraft Sondern das ist eine Persönlichkeit Gottes Die hat einen Verstand, einen Willen und Gefühle Und der mit uns hier verweilt und in uns Ich lese eine Schriftstelle, Römerbrief, 5. Kapitel, 5. Vers Wo Apostel Paul spricht über den Heiligen Geist Die Hoffnung aber lässt nicht zu schaden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist Das ist ein breites und umfangreiches Thema Über den Heiligen Geist Und ich möchte eigentlich nur eine Stelle davon berühren Was bedeuten die Eigenschaften des Heiligen Geistes Vielleicht wird es hier ein bisschen Theologie geben Aber es wird nicht zu viel sein Und Theologie, das ist die Lehre über Gott Und ich möchte so einen Gedanken wiedergeben Und euch mitteilen Dass der Heilige Geist im Alten Testament Er wurde gezeigt und vorgestellt Als der Geist Gottes Wie der Geist des Herrn Und wie der Geist des Heiligen Gottes Und im größten Maße war er eben in diesem Zustand gezeigt worden Im Alten Testament wurden Kriege geführt und Gott ist eingetreten für sein Volk Es gab auch Zeichen und Wunder Aber von denen gab es nicht viele Und Gott wirkte nur durch bestimmte Leute Das waren Propheten, Priester oder Könige Die verkündet haben den Willen Gottes und das Wort Gottes unter dem Volk Gottes Aber zu Zeiten des Neuen Testaments und der heutigen Zeit Wie zeigt sich Gott durch den Heiligen Geist In einem höchsten Grad Er verändert das Herz einem Menschen und gibt eine Geburt aus dem Hohn Er gibt eine übernatürliche Kraft für den Dienst Um zu festigen das Predigen des Evangeliums mit Zeichen und Wunder Um zu vergeben und zu befreien Zu rechtfertigen den Menschen Inzuführen zu einem heiligen Leben Und ihn zubereiten zu dem Treffen mit dem Herrn Und es ist sehr viel gesagt über den Heiligen Geist Und ich habe im Alten Testament nur zwei Schriftstellen gefunden Wo eben diese Zusammensetzung der Heiligen Geist steht Das ist der 51. Psalm Wo es steht geschrieben über das Gebet des Davids Als er gesündigt hat, hat er gebeten bei Gott Dass Gott seinen Heiligen Geist nicht von ihm nimmt Und ich habe noch eine Stelle gefunden Wo drin geschrieben steht der Heilige Geist Das ist Jesaja 63. Kapitel 10. und 11. Vers Das steht über das Volk Israel Dass sie sich angefangen haben zu beschweren Und dadurch den Heiligen Geist betrübt haben Ich habe nur zwei Stellen gefunden Vielleicht gibt es noch eine Stelle Aber sehr wenig wird der Heilige Geist gezeigt So wie er im Neuen Testament gezeigt wird Der Heilige Geist hat die Eigenschaften Gottes Es ist eine Persönlichkeit Es ist eine Persönlichkeit Das ist die Allmacht Gottes Gott als der Allwissende Gott wird gezeigt im Heiligen Geist Gott der Wahrheit und Gott der Treue und so weiter Und als seine Persönlichkeit reagiert Und als seine Persönlichkeit reagiert auch der Heilige Geist Er reagiert, wenn Menschen lügen Und das ist sogar sehr deutlich gezeigt in der Apostelgeschichte 5. Kapitel Als Gott Zeichen und Wunder im Volk verbracht hat Und Errettete zu der Gemeinde hinzugefügt hat Dann lesen wir, dass der Heilige Geist es nicht dulden konnte Wenn man ihn belogen hat Und zwei Menschen, eine Frau und ein Mann, Anania und Safira Sie haben sich einverstanden erklärt, den Heiligen Geist zu belügen Und leider haben sie dadurch ihr Leben verloren Der Heilige Geist konnte das nicht dulden Wir haben gehört, dass das Volk Israel den Heiligen Geist betrübt hat Indem sie sich aufgewandet haben gegen Gott Sie haben gemurrt, sie haben gesündigt und haben Götzen angebetet Und somit haben sie den Heiligen Geist betrübt Es gibt Lehren, die sagen, der Heilige Geist ist keine Persönlichkeit Das ist eine Kraft oder eine Energie Doch wir sehen aus der Schrift, dass das nicht so ist Dass der Heilige Geist reagiert Und er bleibt auch nicht an der Seite stehen Kann sogar ein bisschen erniedrigt werden, wenn die Leute das Wort Gottes brechen Der Heilige Geist, er ist im Herzen des Menschen betrübt Und er ist erniedrigt in diesem Herzen Und das steht auch im Neuen Testament, dass der Heilige Geist auch beleidigt werden kann Und im Epheserbrief im vierten Kapitel steht geschrieben Wodurch der Heilige Geist betrübt oder beleidigt werden kann Wenn der Mensch sich aufreckt, anfängt zu schreien Im Zorn und im Bösen Wenn der Mensch flucht mit ganzen bösen Worten Dann ist der Heilige Geist betrübt und beleidigt Er ist dann betrübt Und er reagiert darauf Die Bibel sagt uns, dass der Geist, der in uns webt, im Eifer uns liebt Denn wir sind nicht mehr die Unseren, wir sind gekauft durch einen teuren Preis Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, er reagiert darauf Meine Freunde, der Heilige Geist, er tröstet uns Er tut uns festigen Er spricht zu uns, er sendet uns zum Dienst aus Und er hat sehr viele Funktionen Sehr viele Dienste Sehr viel Arbeit Kilo er ein neues Herz dem Menschen gibt Er wendet ihn zu sich Und vollbringt in ihm seine Arbeit zur Errettung Und zur Heiligung Und sehr eine Freude für uns, wenn der Heilige Geist für uns eintritt Und vor Gott bittet er für uns Er ruft zu Gott über uns Und er fleht zu Gott Über die, die getauft sind im Heiligen Geist Und selbst wenn der Mensch sündigt Der Heilige Geist verlässt den Menschen nicht Obwohl er betrübt ist in diesem Menschen Aber er tritt für uns ein vor Gott und bittet ihn um Barmherzigkeit Über Barmherzigkeit und Vergebung Und um Hilfe Und solch einen Heiligen Geist haben wir in unserem Herzen Und meine Freunde, ich möchte, dass wir zusammen ihm dafür die Ehre geben Das ist nämlich die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ergossen wurde Der uns gegeben ist durch den Heiligen Geist Bis zu dieser Stelle und bis zu dieser Stunde hat uns Gott geholfen Und viele von uns sind schon getauft im Heiligen Geist Und das ist Gottes Gnade, denn Gott hat uns erwartet bis zu diesem Moment Und Gott wünschte es auch uns zu geben Und in seinem Wort hat er versprochen, dass den Nahen und denen die weit weg sind zu geben Und all die, die der Herr, unser Gott berufen wird Und diese Verheißung Gottes hat sich für uns erfüllt Und es erfüllt sich auch noch heute Und es wird sich auch weiterhin erfüllen Ich möchte, meine Freunde, dass wir zusammen die Ehre Gott geben Und darum beten, dass Gott uns hilft Das zu schätzen Das wertschätzen Und den Heiligen Geist nicht zu betrüben Und ihn nicht zu erniedrigen Und in unserem Herzen ihn nicht zu erniedrigen Denn das ist die Persönlichkeit Gottes Und er eifert für uns vor Gott Denn wir sind die Gottes Und wir sind erkauft durch einen teuren Preis Meine Freunde, wir beugen unsere Knie vor Gott Wir danken ihn dafür Und möge er uns segnen in allem Möge sein Name verherrlicht und erhöht werden In unseren Herzen In seiner Gemeinde Hier in La Und sogar bis ans Ende der Welt Amen